So, und heute geht's in Abraham. Genau, weiter geht's mit Abraham. Abraham? Nee, Abraham. Aber ich dachte, der heißt Abraham. Ja, später hieß der Abraham. Im Moment heißt er noch Abraham. Wieso denn das? Das erfahren wir später. Und das ist doof. Ja, so lange musst du noch warten. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt erstmal die Geschichte von... Die Geschichte, wie er Lot rettet, oder? Nee, ich glaub, die hatten wir doch letztes Mal schon. Stimmt, letztes Mal hat er Lot gerettet, weil Lot war ja bei Sodom und Gomorra. Da hat er gelebt. Und dann gab's ein paar Könige, die haben Krieg geführt. Und dann haben sie den Lot entführt. Genau, dann haben sie den Lot entführt. Und Abraham hat sie alle gerettet. Genau, richtig. Abraham hat sie alle gerettet. Siehst du, ich kann mich noch erinnern. Ja, besser als ich, wie es aussieht. Aber heute gibt's eine andere Geschichte. Oh, was denn? Heute hören wir davon, was Gott mit Abraham noch vorhat. Oh, genau. Denn nachdem Abraham Lot gerettet hat, ist er da bei Lot geliehen. Vielleicht, vielleicht ein paar Tage. Aber dann ist er weitergezogen. Okay. Und dann ist Gott ihm erschienen. Im Nachts im Traum. Aha. Mhm. Und Gott sagt ihm, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Wie? Gott ist ein Schild? Nein, Gott ist nicht ein Schild. So ein Schild, das man tragen kann? Jack, ich glaube, du verwechselst sowas. Nee. Du hast doch gesagt, Gott hat zu Abraham gesagt, ich bin dein Schild. Ja. Aber er meint was anderes. Wie er meint was anderes? Gott ist nicht ein Schild, wie ein Ritter ihn trägt. Ah. Ich weiß nicht, denn das. Sondern zwar so ähnlich, die gleiche Funktion, aber doch anders. Nicht, nicht, äh, so, dass du ihn in die Hand nehmen kannst vor dich. Ah. Ja. Ja. Soll ich wirklich? Ja. Na gut. Als Gott sagte, ich bin dein Schild, meinte er, ich bin dein Schutz. Ah. So wie ein Schild einen Ritter beschützt. Genau. So wie ein Schild einen Ritter beschützt, so beschützt Gott auch Abraham und auch uns. Aha. Und das heißt, ich bin dein sehr großer Lohn? Ja. Ich bin dein sehr großer Lohn heißt, dass Gott Abraham eine riesen Belohnung geben wird. Wieso denn das? Naja, weil Abraham getan hat, was Gott wollte. Oh. Ja. Und dann? Was für eine Belohnung? Viel Gold? Nein. Gold braucht Abraham doch nicht. Wir haben doch gesagt, wir haben doch schon die letzten Male erfahren, Abraham ist sehr reich. Der hat ganz viele Schafe, hat ganz viele Knechte, die ihm da helfen mit den ganzen Schafen und Tieren, die er hat. Ach so. Und was gibt Gott ihm dann? Na Gott. Wollte ihm einen Sohn schenken. Hat er das dann so gesagt? Naja, so noch nicht. Aber Abraham sagte, was soll ich denn mit all dem, was du mir geben möchtest? Am Ende werde ich doch sterben und mein Knecht Eliezer wird alles erben. Wer ist denn das? Der Knecht Eliezer? Ja, das ist einer der vertrauten Knechte von Abraham. Wie, ich hatte heute Knechte? Naja, du kennst das doch, so wie mit deinen Freunden. Du hast doch ganz viele Freunde. Ja. Und wie viele ganz, ganz enge Freunde hast du? Sind das auch alle von denen, die du hast? Nee, ganz enge Freunde habe ich nur ein paar. Ja, genau. Und solche, so war das mit den Knechten. Abraham hatte ganz viele Knechte. Aber Knechte, denen er vertrauen konnte, also wie gute Freunde, das waren nur ganz wenige. Und einer davon war wahrscheinlich sein Knecht Eliezer. Ah. Ja, und Abraham dachte, ich bin alt, ich werde irgendwann sterben. Und dann wird mein Knecht, der, dem ich vertraue, der wird das alles erben. Oh, das wäre nicht gut. Mhm. Das wäre nicht gut. Und Gott sagte ihm, weißt du was, Abraham, ich werde dir ein Kind geben. Nee, warte, ich muss das mal nachschauen. Doch, ein Kind. Ja, du hast das schon wieder vergessen. Tut mir leid. Okay, jetzt viel weiter. Gott sagte ihm, ich werde dir ein Erben geben. Der wird das ganze Land hier besitzen und der Erbe wird von dir kommen. Wie, von dir kommen? Naja, das heißt, du, Abraham, wirst einen Sohn bekommen. Aber der ist doch alt. Ja, der ist alt. Das geht doch gar nicht. Eigentlich nicht. Nein, Oma und eine Opa, die haben auch keine Kinder mehr bekommen. Nicht, als sie so alt waren. Genau. Ja, heute ist das auch unvorstellbar. Alte Leute bekommen keine Kinder mehr. Aber damals, deswegen ist es ja ein Wunder, was Gott macht. Damals hat Gott gesagt, Abraham, auch so alt, wie du jetzt bist, du wirst noch ein Kind bekommen. Oh, das ist ja eigentlich was Gutes. Weißt du noch, was wir gesagt haben? Wenn man damals keine Kinder hatte, dann war das, dann war das sehr, sehr schlecht. Genau. Dann war das sehr, sehr schlecht. Und so hat sich Abraham natürlich auch gefühlt. Und seine Frau hat sich auch schlecht gefühlt. Ja, kein Kind, kein Nachkomme. Und wenn wir sterben, ist alles futsch. Das wäre doof. Das wäre doof. Deswegen sagt Gott Abraham, Abraham, ich bin dein großer Lohn. Und ich werde dir als Belohnung, dafür, dass du auf mich gehört hast, einen Sohn schenken. Oh, das klingt gut. Ja, und weißt du, was wir da lesen? Abraham glaubte Gott und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit an. Was heißt denn das? Naja, weil Abraham Gott glaubte und das tat, was Gott von ihm wollte. Also er ist weggezogen aus seinem Land und von seinem Vater weg. Und weil er auch das glaubte, dass Gott ihm sagte, du wirst ein Kind bekommen. Deswegen sagte Gott, okay, weil er mir glaubt, deswegen ist er gerecht. Was heißt denn das gerecht? Gute Frage. Lass mich kurz überlegen. Das heißt, in diesem Fall heißt es, der Abraham gehört tatsächlich mir, gehört zu mir. Der glaubt an mich, der ist mein Nachfolger. Ja, und deswegen soll er auch belohnt werden. Ach so. Und Gott hat ihm noch was gesagt. Was denn? Er hat gesagt, deine Nachkommen, Abraham, die werden so viele sein, wie die Sterne am Himmel. Wie viele Sterne am Himmel gibt es denn? Früher haben die Leute immer nachgezählt am Himmel. Da hatten sie noch keine Laternen draus. Da konnte man ganz viele Sterne sehen. Und wie viele haben sie gesehen? Rein mit den Augen kann man 3000 Sterne sehen, ungefähr. Oh, das ist total viel. So weit habe ich noch gar nicht gezählt. Ich auch noch nicht. Aber mit den Augen kann man 3000 Sterne sehen. Und so viele Nachkommen geht auch dann halt. Nee, ich glaube, Abraham wird noch mehr haben. Stimmt. Es gibt ja heutzutage Teleskope. Genau, es gibt Teleskope. Und man kann ganz weit und ganz tief ins Weltall gucken. Und weißt du, was man sieht? Nö. Man sieht noch mehr Sterne. Wie? Noch mehr Sterne? Ja. Wie viele denn? Ganz, ganz viele. 10.000. Ich glaube noch mehr. 20.000. Weißt du, man sieht Millionen von Sterne. Egal, wo man hinguckt. Nach links, nach rechts, oben, unten, nach hinten. Man sieht ganz, ganz viele Sterne. Super viele Sterne. Oh. So viele. Und das hat Gott Abraham gesagt. Weil du mir glaubst, ne? Deswegen belohne ich dich. Und deine Nachkommen, deine Kinder und die Kinder von diesen Kindern und die Kinder von den Kindern. Das verriert mich jetzt. Ja. Die werden so viele sein, dass niemand die zählen kann. Warte mal. Gott hat das doch schon mal gesagt. Genau. Was hat er gesagt? So viel. Seine Nachkommen werden so viele sein, wie es Staub auf der Erde gibt. Genau. So viele, wie es Staubkörner auf der Erde gibt. Und hast du schon mal alle Staubkörner auf der Erde gezählt? Nö. Das sind zu viele. Genau. Und das heißt, die, die von Abraham kommen, nicht nur seine Kinder und deren Kinder, sondern auch die, die an Gott geglaubt haben, so wie Abraham, die werden so viele sein, dass sie keiner zählen kann. Boah. Das ist ja toll. Und Gott hat an Abraham noch was versprochen. Er hat gesagt, dieses Land, was du jetzt hier siehst, das wird alles deinen Nachkommen gehören. Und weißt du, was Gott noch gesagt hat? Noch viel mehr. Gott hat noch viel weiter in die Zukunft gedacht. Gott hat ihm gesagt, deine Nachkommen. Weißt du noch, wo Abraham jetzt war? Äh. Hm. War denn nicht irgendwo bei Ägypten? Mhm. Gott sagte ihm noch, deine Nachkommen, die werden 400 Jahre lang bei diesem Volk leben. Das wird sie unterdrücken. Wie unterdrücken? Ja, die werden Sklaven sein. Und die werden die ganze Zeit arbeiten müssen. Oh. Das ist ja hart. Mhm. Gott wusste, was kommen wird. Aber dann sagte das Abraham. Deine Nachkommen, die werden 400 Jahre lang hier sein. Aber ich werde sie rausholen. Das klingt gut. Mhm. Ich werde sie rausholen und sie werden reich rausgehen. Sie werden nicht als arme Sklaven da rausgehen, sondern als reiche Leute. Ach so. Wie kann das denn sein? Wo passiert das denn? Hm. Weißt du nicht mehr? Nee. Das Volk Israel, als Mose sie später rausgeholt hat. Oh. Das ist ja total lange noch hin. Mhm. Das ist noch total lange hin. Und das hat Gott dem Abraham schon gesagt. Das hat Gott dem Abraham schon gesagt, dass das passieren wird. Oh. Und wieso nicht jetzt schon? Hm. Wieso nicht jetzt schon? Da steht auch. Das könnt ihr nachlesen. Erster Mose Kapitel 15. Was steht denn da? Ja. Da steht, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Was heißt denn das? Die Amoriter, das waren ein Volk, was da gelebt hat in diesem Land. Und Gott sagt, das Schlechte, was sie gemacht haben, das reicht noch nicht, um sie hier zu vertreiben. Also dürfen sie noch ein bisschen weiterleben. Und wenn sie weiter schlecht sind, dann wird das Volk, die Nachkommen von Abraham, die werden dieses Volk dann vertreiben. Und das wusste Gott schon alles. Das wusste Gott schon alles und hat dem Abraham so viel versprochen. Und weißt du, was das für uns heißt? Nee, was denn? Gott sagte auch uns, ja. Er ist unser Schild. Er ist unser großer Lohn, wenn wir an ihn glauben. Ja, wenn wir an Jesus glauben und an Jesus Christus glauben, dann wird er auf uns aufpassen. Jeden Tag. Und er wird uns das geben, was wir brauchen. Jeden Tag. Oh, das klingt doch gut. Genau. Und damit enden wir für heute. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.